Und wir haben auch konkrete Themen angesprochen, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie konsumieren wir digital? Bestimmte Dinge, die digital gemacht werden, werden getan, ohne dass man darüber nachdenkt, was für Folgen sie für die Umwelt haben oder für den Energieverbrauch haben. Beispielsweise neigen wir dazu, das wurde angesprochen, dass wir unser Essen fotografieren. Und wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut, weltweit, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch und muss sich die Frage stellen, ist das wirklich notwendig? Denken wir bei solchen Dingen daran, dass das erhebliche Folgen hat?